Der teilnehmende Mitgliedsstand erkennt ferner an, dass die langfristigen Auswirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffes derzeit nicht bekannt sind. Schöne Grüße an alle Leute, die mich damals gecancelt oder beleidigt haben, weil ich ein Video gemacht habe gegen die Corona-Maßnahmen. Ich küsse euer Herz, fühlt euch geliebt und umarmt von mir. Ich meine, lieber spät als nie. Egal, ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Lock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Fühlt euch umarmt, mein Jutster oder meine Jutste. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt brisant Pfizer-Corona-Vertrag ungeschwärzt veröffentlicht. Das ist schon ein paar Tage online. Habe es mir noch nicht reingezogen und dachte mir, ich gucke mir das heute mit euch zusammen an. Lasst dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen und abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, es geht los. Let's go. I like that. I like that. Pfizer out, man. Jetzt fliegen alle Corona-Lügen auf, denn Pfizers Vertrag zur Corona-Impfung wurde endlich ungeschwärzt veröffentlicht. Sowohl die Wirksamkeit als auch die Langzeitfolgen der Impfung sind unbe... So, guten Morgen, meine lieben Freunde. Wenn es die letzten noch nicht verstanden haben, dann haben wir hier nochmal ein kleines Video für euch. Auch an alle Leute, schöne Grüße an alle Leute, die mich damals gecancelt oder beleidigt haben, weil ich ein Video gemacht habe gegen die Corona-Maßnahmen. Ich küsse euer Herz, fühlt euch geliebt und umarmt von mir. Ich meine, lieber spät als nie. So, und los. Jetzt fliegen alle Corona-Lügen auf, denn Pfizers Vertrag zur Corona-Impfung wurde endlich ungeschwärzt veröffentlicht. Sowohl die Wirksamkeit als auch die Langzeitfolgen der Impfung sind unbekannt. Das ist wirklich ein riesengroßes Desaster und deswegen verweigert lauter... Ich muss euch ganz klar sagen, also da haben euch einige Leute schon versucht, darauf aufmerksam zu machen. Auch Leute, die auch vom Fach sind, so wie zum Beispiel Dr. Wolfgang Wodak, mit dem ich 2020 schon ein Gespräch hatte. Und 2023 nochmal. Genau. Ich wollte nur mal sagen, dass es einige Menschen gab, die dafür extrem gecancelt wurden und Dinge verloren haben und sich sehr viel anhören mussten und Shitstorms kassiert haben und so. Die euch versucht haben, darauf aufmerksam zu machen. Und ja, langsam, langsam mit den Jahren, das haben wir auch schon prophezeit, dass mit den Jahren immer mehr rauskommen wird, was da eigentlich passiert ist. Und das ist halt eine gute Fallstudie auch für die Dinge, die danach passiert sind oder danach passieren. Und deswegen muss man da schon hinhören, darauf aufmerksam machen und sich das auch mal endlich zu Herzen nehmen. Also langsam, weißt du, dieses Guten Morgen, was ich vorhin gesagt habe, ich meine das ernst. Einfach mal aufstehen. Raus aus der Traumwelt, ab in die Realität. Ist nicht immer einfach, aber wenigstens lebt ihr dann ein echtes Leben und kein Fake-Leben. Mach eine weitere Aufklärung. Alle Details in diesem Video. Erinnert ihr euch noch an den Beginn 2021, wo endlich die erste Corona-Impfung freigegeben wurde? Die Politiker jubelten und die Impfung wurde als sicher und effektiv gefeiert. Die Impfung war sogar so sicher und so effektiv, dass man alle Skeptiker mit einer Impfpflicht beglücken wollte. Das musst du dir mal reinziehen. Das Blöde daran war nur, dass nach und nach immer mehr Impflügen aufgeflogen sind und die Bevölkerung das Vertrauen verloren hatte. Und die ganzen Leute, die nicht so tief Matrix-Minded unterwegs sind, die haben das auch schon gefühlt und gemerkt und gewusst auch. Weißt du, wie ich meine? So. Weil du musst ja einfach nur ein bisschen in die Recherche reingehen und mal gucken, okay, wie funktionieren Impfstoffe? Wie lange braucht ein Impfstoff, bis er auf den Markt kommen kann? Und dann guckst du ein bisschen, guckst du nochmal Schweinegrippe ein bisschen rein, was da passiert ist damals und so. Und dann hast du ganz schnell eigentlich eine Lösung so, weißt du? Dann hast du ganz schnell einfach eine gewisse Skepsis am Start und machst nicht einfach mit. Und dann erste Impfung, zweite Impfung, dritte Impfung. Das ist immer wieder so faszinierend, mir das so rein, also nochmal vor die Augen zu rufen, wie die Leute einfach das nicht gecheckt haben, weißt du? Zuerst wurde bekannt, dass zwei Impfungen eventuell doch nicht ausreichen. Mittlerweile sind wir ja inklusive Boostern schon bei Impfung Nummer 6. Dann... Wisse, nicht, Bruder. Fuck, Alter. ...wurde bekannt, dass die Impfung nicht vor eigener Ansteckung schützt. Dann wurde bekannt, dass die Impfung nicht mal vor der Ansteckung anderer schützt. Und jetzt kommen auch nach und nach immer mehr Nebenwirkungen und krasse Langzeitfolgen ans Tageslicht. Und hey, eigentlich hätte es auch jedem vorher klar sein müssen. So. Weil normalerweise werden Impfstoffe ja 7, 8 oder sogar mehr als 10 Jahre lang erforscht. Allein die ausgiebigen Testungen für die Nebenwirkungen... Das war allen zu dem Zeitpunkt einfach scheißegal. Aber auch nur, weil die Leute können nicht mal richtig was dafür. Die gucken sich halt die Propaganda an und da wird dir jeden Tag Angst gemacht im Fernsehen. Corona-Zahlen, Inzidenz, Krankenhäuser sind voll, rot, alles ist rot. Wir müssen uns einsperren, ihr müsst nach Hause, ihr müsst Klopapier kaufen, ihr müsst dies, ihr müsst... Die haben so eine krasse Paranoia gemacht. Die haben so eine krasse Paranoia gemacht, die Leute hätten alles gemacht. Alles. So viel Langzeitfolgen brauchen ja sehr, sehr lange und das ist auch extrem wichtig. Ich sehe wieder Leute mit Maske rumlaufen und die jetzt die Verschwörungstheoretiker... Und sind die jetzt die Verschwörungstheoretiker, fragt sich. Ich sehe das auch, Bro. Auch hier in Mexiko, Digga, ist wieder der... Haben sie wieder den Laden ein bisschen angeschmissen. Mit Masken und so. Und ich habe das prophezeit. Ich habe zu meinen Freunden gesagt damals, glaubt mir das, Digga. Nach diesen Corona-Jahren werden die Leute in Deutschland, so wie in China auch vorher schon und in Japan und so, weiterhin mit Maske rumlaufen für immer. Die werden das nicht mehr ablegen. Aber all das wurde bei Corona übersprungen und bereits knapp ein Jahr nach dem Ausbruch von Corona hatte man einen Impfstoff von Pfizer und BioNTech. Ende 2019 war Corona offiziell ausgebrochen und Anfang 2021 hatte man bereits die Impfung. Oh Wunder, oh Wunder. Und damals war bereits vielen klar, dass das nicht mit rechten Dingen zugehen konnte und viele Bürger hatten Fragen. Aber alle Skeptiker wurden beleidigt, wurden mundtot gemacht oder wurden sogar zur Impfung gezwungen. Es gab ja eine Impfpflicht im Pflegebereich und bei den Soldaten. Und ich meine, erinnert ihr euch noch an die Hetzenjagd an den Fußballer Kimmich? Der hatte ja seine Bedenken und wollte sich keine Impfung geben. Aber dann wurde der medial und von seinem Arbeitgeber Bayern München so fertig gemacht, dass er sich notgedrungen doch hat impfen lassen. Aber rund 25 Prozent der deutschen Bevölkerung haben diesen Druck standgehalten. Stark Digga, Liebe geht raus an diese 25 Prozent. Ich küss euer Herz. Weil sie der Impfung nicht vertraut haben und zwar zu Recht, wie es rauskommt. Jetzt wurde nämlich der Vertrag für die Corona-Impfung von Pfizer geleakt oder veröffentlicht. Genau das weiß ich nicht, aber wir können jetzt den Vertrag sehen. Und ich meine, Teile des Vertrages wurden ja auch in der Vergangenheit schon öffentlich zugänglich gemacht. Aber die Hälfte davon war geschwärzt und unkenntlich gemacht. Es wurde offensichtlich, dass Pfizer offensichtlich etwas zu verstecken hat. Und ja, Pfizer hatte extrem viel zu verstecken, wie man jetzt in dem Originaldokument nachlesen kann. Das TKP-Newsportal hat das Dokument verlinkt und hier zeige ich euch mal einen kleinen Auszug daraus. Der teilnehmende Mitgliedstaat erkennt an, dass der Impfstoff und die mit dem Impfstoff zusammenhängenden Materialien sowie ihre Komponenten und Bestandteile aufgrund einer Notlage bei der Covid-19-Pandemie rasch entwickelt wurden und auch nach der Bereitstellung des Impfstoffs an teilnehmenden Mitgliedstaaten im Rahmen des APA weiter untersucht werden. Der teilnehmende Mitgliedstaat erkennt ferner an, dass die langfristigen Auswirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffes derzeit nicht bekannt sind. Bro, einfach geschwärzt den Laden. Wenn das die Bevölkerung gewusst hätte, dann wären wir bei 50-50. Wetten? Wollen wir wetten? Wenn das die Bevölkerung von Anfang an gewusst hätte, wären wir mindestens bei 50-50. Hoffe ich. Und dass der Impfstoff unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit nicht bekannt sind. Digger, das musst du dir mal reinziehen. Das musst du dir einfach den Menschen vorenthalten. Die haben die einfach angelogen, Digi. Ich meine, mich überrascht es nicht, weil so funktionieren die Jungs innen halt so. Aber ich weiß nicht, ich hoffe, dass da ein paar Leute dann sich denken, krass, okay, dann könnten die eventuell bei anderen Dingen auch lügen. Und dann muss ich ja selber meinen eigenen Verstand anschmeißen und darf nicht immer direkt alles vertrauen, was die uns erzählen. Und aber wie hart das auch erzählt wurde. Es wurde ja nicht einfach nur gesagt, ja, so, man weiß nicht ganz genau. Das Ding ist safe und jeder, der sich nicht impfen lässt, ist ein Wichser. So, der muss ausgegrenzt werden. Der hat nichts mehr mit uns zu tun. Mann, das ist ein schlechter Mensch. Wegen dem sterben Menschen. Den muss man canceln. Am besten steinigen, aber das können wir leider nicht mehr, weil das gegen die Menschenrechte verstößt und so. So war der Laden. Weißt du, wie ich meine? Wow. Wirksamkeit unbekannt. Langzeitfolgen unbekannt. Und Nebenwirkung unbekannt. All das steht in diesem Vertrag, der von der EU unterzeichnet wurde und auf Basis... Leon, warum genderst du immer das Wort Jungs innen? Dass die Leute das nicht verstehen, Digga. Jungs kann man nicht gendern. Jungs ist männlich. Und wenn ich Jungs innen sage, dann verarsche ich die Leute, die das tun. Weißt du, wie ich meine? ...dessen von der Laien viele Millionen Impfdosen bestellt hat. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber für mich ist das ein riesengroßer Offenbarungseid und ein Skandal. Stell dir mal Folgendes vor. Du gehst in eine Apotheke, weil du ein Medikament kaufen willst. Und der Apotheker empfiehlt dir dann ein Medikament und sagt, ja, aber die Wirkung dieses Medikaments, das ist unklar. Die Langzeitfolgen sind auch unklar. Und was das für Nebenwirkung hat, das weiß ich leider auch nicht. Aber nimm mal den Laden, passt schon. Also... So ein Ding ist das. Jeder normal denkende Mensch würde doch sofort die Finger davon lassen und das auf gar keinen Fall kaufen. Aber nicht, wenn du den Menschen vorher erstmal schön durch Propaganda mehr richtig nachdenken, die haben Angst. Und wenn du Angst hast, das... Wenn du Angst hast oder wenn du zu viele Emotionen in dir hast, das sind die schlechtesten Zeiten, in denen du wirklich gerade gesundheitliche oder langfristige Entscheidungen treffen solltest. Aber von... Aber der Druck war da. Laien macht genau das Gegenteil und sagt, Oh, super, davon nehme ich direkt mal 500 Millionen Dosen. Also für mich ist das nicht nur komplett fragwürdig, sondern auch höchst kriminell. Das ist kriminell. Und das Kranke dabei ist so, die Infos gab es vorher nicht, die gab es während der Impfkampagne nicht und die gibt es auch jetzt nicht von den Mainstream-Medien. Das ist einfach totgeschwiegen. Die meisten Leute, die sich impfen lassen haben, die wissen davon nicht mal Bescheid. Die wollen es auch nicht hören, die sagen scheiß drauf. So, passt schon. Wir haben andere Probleme. Ich meine, wie kann denn ein Gesundheitsminister einen Impfstoff zulassen, bei dessen Entwicklung erstens sehr viele Sicherheitsvorkehrungen einfach weggelassen wurden und wo dann selbst der Hersteller im Vertrag sagt, dass die Wirksamkeit und die Langzeitfolgen unbekannt sind. Das geht doch nicht. Und dafür haben sich jetzt alle Polit- Hast du gesehen, wie das geht, mein Jutscher? ... dazu verantworten, alle, die im Bundestag dafür gestimmt hat. Keiner, nicht ein einziger wird sich verantworten, Bro. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Und die können sich jetzt auch nicht mehr rausreden, dass sie es nicht wussten. Seit der Ukraine-Geschichte hat keiner mehr über Corona geredet in den Mainstream-Medien. Die werden erst wieder darüber reden, wenn sie einen neuen Impfstoff haben, den sie verchecken müssen. Was sie ja jetzt auch mit dem sechsten Booster schon gemacht haben. Und dann werden sie berichten, wenn die Zahlen wieder steigen und sagen, hier, ihr müsst euch impfen. Die werden niemals, wird sich irgendeiner von den Leuten irgendwie verantworten oder sich hinstellen und sich rechtfertigen oder irgendwas. Das war schon immer so und wird auch für immer so bleiben. Weil die Verträge waren ja bekannt. Es stand ganz eindeutig drin. Wirksamkeit und Langzeitfolgen unbekannt. Und wer sowas wissentlich auf die Bevölkerung loslässt und Teile der Bevölkerung sogar dazu zwingt, siehe Impfpflicht bei den Pflegeberufen bei der Bundeswehr und alle anderen Leute diffamiert, die das nicht machen wollen, der macht sich aus meiner Sicht strafbar und gehört ins Gefängnis. Die haben, die agieren außerhalb des Gesetzes. So. Die Gesetze, die für uns Menschen, die machen die Gesetze. Wir müssen uns als Normalbürger daran halten, aber die gelten nicht für die. Deswegen, für die gibt es nicht kriminell sein oder nicht. Die können machen, was die wollen. Gerade jetzt, wo immer mehr und immer krasse Nebenwirkungen bekannt werden. Und das Schlimme ist, die Politiker zeigen kein bisschen Reue, kein Verständnis oder ein Willen zur Aufklärung. Im Gegenteil, Gesundheitsminister Lauterbach versucht sogar weiterhin, alles zu vertuschen. Er hat gesagt, dass bei der Forschung und bei der Behandlung nicht unterschieden wird, ob jemand unter Long-Covid oder unter Nebenwirkungen der Impfung leidet. Er schmeißt alles einfach in einen Topf, um die Nebenwirkungen der Impfung weiterhin zu verschleiern. Und das wird jetzt aber, wie gesagt, ein Ende haben und es wird sehr drastische Folgen haben. Diese jetzt veröffentlichten Verträge beweisen aus meiner Sicht ganz klar den Vorsatz zu Körperverletzungen. Okay, und wer soll die zur Rechenschaft ziehen, Bro? Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt Klagen ohne Ende hageln wird und diese kriminellen Politiker endlich hinter Gittern kommen. Nein. Hoffnung stirbt zuletzt, aber auch die Justiz bei uns im Land, man, das ist alles korrupt, das ist alles unterwandert. Sag ich dir so, wie es ist, die arbeiten Hand in Hand, ob da wirklich was passiert. Vielleicht nehmen die ein, zwei Leute, packen die in den Knast, so einfach, damit wir Leute haben, so die Sündenböcke sind. Aber die wahren Leute, die die Fäden in der Hand haben, die werden schön weitermachen. Die haben mit keinen Konsequenzen zu rechnen. Definitiv nicht. Das sehen wir bereits jetzt. Niemand mehr will diesen Corona-Booster kaufen und die Aktie von Pfizer stürzt massiv ab. Zu Corona-Zeiten war ja die Pfizer-Aktie nach oben gegangen, weil sie die verheißungsvolle Impfung hatten. Und jetzt, wo das Zeug keiner mehr kaufen will, ist die Aktie sogar so weit runtergefallen, dass sie sogar auf einem Wert von vor der Corona-Pandemie ist. Unglaublich. Und das große juristische Nachspiel für Pfizer kommt ja erst noch. Also, was sagt ihr denn dazu? Welche Folgen werden jetzt diese krassen Aussagen in dem veröffentlichten Pfizer-Vertrag für die Gesellschaft? Keine, keine. Ein, zwei Sündenböcke werden präsentiert. Die werden vielleicht mit sich entschuldigen. Oder nicht mal das, Digi. Also, da werden kaum Konsequenzen folgen, meiner Meinung nach. Und wenn dann nur irgendwelche Fake-Konsequenzen, damit es so aussieht, weißt du? Aber das ist wirklich immer... Das wundert mich auch teilweise, aber ich weiß auch warum, aber die Leute, die diese ganzen Videos machen und so, die sind halt... Die checken den spirituellen Film dahinter nicht so richtig, weißt du? Dass das ein spiritueller Kampf ist auf die Menschheit, so. Und dass... Die uns einfach brechen wollen am Ende des Tages, so. Und dass wir nicht mehr dem System vertrauen können, so, weißt du? Und dass das alles eine Art Matrix ist, so. Und aus der du ausbrechen musst, spirituell vor allen Dingen, weißt du? Und so tief sind die meisten von diesen Berichterstattern hier gar nicht drin. Die vertrauen teilweise noch an das Justizsystem, an die Politiker. Und die denken, oh ja, der hat was Böses gemacht, der wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Also, so Wunschvorstellung-mäßig, weißt du, wie ich meine? Die verstehen halt nicht, dass das viel deeper ist als... Ja, als das, und so. ...und für unsere Politiker haben. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video. Ich küsse dein Herz. Aber, ey, haben wir uns mal angeguckt und wie gesagt, Corona-Tag 1 saß der Lovelock auf der berühmt-berüchtigten Treppe und hat seine Meinung zu der ganzen Geschichte gesagt und hat gefühlt, dass da was Böses passiert, was Schlimmes passiert und dass wir da gerade wieder richtig heftig programmiert werden und, ja, dass man daran nicht glauben sollte, was die Medien uns erzählen und dass wir keine Angst haben sollten und diese ganzen Sachen. Habe ich alles gesagt so und habe ich alles gefühlt und hat sich alles bewahrheitet im Nachhinein, deswegen, ja. Aber wir haben uns nochmal reingezogen. Schreibt eure Gedanken dazu und in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.